Spricht euer Video Das ist schief, man, der Video ist wuhren hart Wuhrengello Das ist quality Richtig, was du für die Qualität Emila, du bist Gott, man Fuck, nice, nice Yeah, nice Schwör, ist Ich zeig dir, was illegal ist, man Mittag. Das sind zwei Stunden Schlägele, fünf Stunden Spital. Drei Stunden Dealen, weil ich bin illegal. Zwei Stunden Party, dann zwölf Stunden Blau. Und nach 24 Stunden land ich wieder im Bau. Das erste, was ich denke, wenn ich am Morgen verwache, ist wieviel Kohle ich auf eure Köste heute wieder mache. Wieviel Gramm Heroin ich in mein Chantie verstopfen und wieviel Bonnen ich am heutigen Tag werde verklopfen. Ja, meine Fäuste hernehmen, sie heissen Ehre und Mut. Und hauen jedes Auge Blau, was mich dort anschaut. Wegen dem habt ihr auch alle Eti-Octo-Vorbei. Bin wieder da, kreist neulisch Eti-Octo-Kratie. Es hat einen Grund, warum ich vier verschiedene Briefe kenne. Nummer eins ist wie Waffe, ich bin Kriegsfederan. Nummer zwei ist wie Briefe von meinen Fans, die applaudieren. Und Nummer drei ist wie Briefe, wo man bei meinen Tracks provozieren. Ich leuch jetzt auf der Strasse und nicht neben dran. Und wenn jemand kommt mit Autodun, ich bühle dreinschla. Ich bin flüchtig, trotzdem lebt wird's Empfängnis. Weil im Kontrast sind meine Gang, mein Produzent und meine Mutter im Knast. Im Maximal, asozial und Moral mal legal. Die Bestahl ist ideal und ich beweise Material. Mein Personal loyal und ich bezahle und illegal. Schicksal ist trivial und kapitalisch zentral. Das sind zwei Stunden schlegeln, fünf Stunden spital. Und drei Stunden dealen, weil ich bin illegal. Zwei Stunden Party, dann zwölf Stunden blau. Und nach 24 Stunden lande ich wieder im Bau. Ich steh im Studio und nach zwei illegale Tracks. Die belegen die The Charts, demnächst die ersten drei Plätze. Das Mike in meiner Hand ist schön, sichern die Pank an. Wenn ich anfangen rappen, mach die ganze Crowd an Abga. Wir sind Bazooka Zürich und sind alle in Therapie. Und unser Handshake ist komplexer als Elektronen-Ethalpie. Ich tue Geldnoten zählen, weil ich so drauf stehe. Und es wird noch viel mehr, wenn ich's in Sender wechsel lasse. Am Abend von meinem Tag gibt's noch illegalen Ausgang. Wir gehen nicht in den Club hinein, sondern hängen sie vor dem Eingang. Wir trinken nur Wodka mit 120% und werden den Club verlassen. Ich schlange, Schädel brauche Patienten. Ich bin 60 Kilo Muskeln und 30 Kilo Blei von der Kugel, die mich getroffen hat. Ich bin grosser Schiessenreihe, jeder Part klebe ich Granate. Ich bin im Bett neben dem Team, das ist das Letzte, was ich mache. Und dann ist mir da vorbei. Hans, Zeit, bin bereit, gamm an die Öffentlichkeit. In Wahrheit ist Handmütigkeit und Freiheit, wie meine Strafbarkeit und meine Berühmtheit reiht. Hat die Breitmehrheit derzeit, keine Sicherheit. Kein, 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 keine Sicherheit. Kein, 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 keine Sicherheit. Kein, kein, keine, keine Sicherheit. Hat die Breitmehrheit derzeit, keine Sicherheit. I will struggle day and night, till everything is good and right, good and right, good and right for me and my homies. Cause I am the greatest chief, everyone is looking at me, at me, at me, at me and my bitches. Das sind zwei Stunden Schlägle, fünf Stunden Spital, drei Stundenude Solomon, weil ich bin illegal. Zwei Stunden Party, dann zwölf Stunden blau. Und nach 24 Stunden lang ich wieder im Bau. Das ist zwei Stunden Schlägle, fünf Stunden Spital. drei Stunden hören, weil ich bin illegal. Zwei Stunden Party, dann zwölf Stunden blau. Und nach 24 Stunden lang ich wieder im Bau. Untertitelung des ZDF, 2020